Mein Name ist Johannes Mayer. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer bei Viferian. Vom Hintergrund her, ich habe Physik und Wirtschaft studiert und das Unternehmen zusammen mit meinen drei Mitgründern 2016 gegründet. Wir haben vorher am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme gearbeitet und uns dort mit dem Thema Energiewende beschäftigt. Die nächste große Herausforderung für die Menschheit ist, in diesem Jahrhundert unser komplettes Wirtschaftssystem zu elektrifizieren, damit wir diesen regenerativen Strom nutzen können und nicht weiterhin fossile Energien verbrennen müssen. Mein Name ist Florian Reiners und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Viferian. Ich habe Informations- und Elektrotechnik studiert an der Technischen Universität in Darmstadt und an der Murdoch University in Perth in Australien. Ich hatte dann nach meinem Studium das große Glück, am Fraunhofer-Institut im Bereich der hocheffizienten Solarwechselrichter forschen zu können. Mein Name ist Johannes Tütschler. Ich bin einer der vier Mitgründer von Viferian und verantwortlich für die Produktentwicklungstätigkeiten innerhalb unserer Firma. Direkt nach meinem Studium bin ich ans Fraunhofer-Institut, habe da zusammen mit den Kollegen ein induktives Ladesystem mit 22 Kilowatt Ladeleistung entwickelt und es war technologisch der Ursprung für die Viferian-Gründung. Wir haben uns rein zufällig mit dem Thema Startup befasst und haben geschaut, welche Technologie denn spannend sein könnte, um ein Startup zu gründen und sind da direkt beim Thema induktives Laden hängen geblieben und der Funke war direkt gezündet und so haben wir vier uns entschlossen, gemeinsam in dieses Abenteuer zu starten. Mein Name ist Ben-Rai Göldi. Ich bin einer von den vier Mitgründer hier bei Viferian. Ich leite die Software-Gruppe, mache selber immer noch viel embedded Software. Ich habe die anderen Gründe bei Fraunhofer-Isa kennengelernt. Wir haben da alle in der gleichen Gruppe gearbeitet und wollten zusammen diese richtig coole Technologie weiterführen. Für mich der Hauptgrund, um Viferian zu gründen, war wirklich etwas Echtes zu machen. Am Fraunhofer-Isa haben wir richtig viele coole Projekte gemacht, sehr spannende Projekte, aber die sind immer im Schrank geblieben, die sind nie zum Kunden gekommen. Und für mich war das wirklich die große Motivation und ist immer noch die große Motivation, coole Produkte zu entwickeln und bis zum Kunden zu bringen. Wir erleben aktuell einen Wandel im Bereich der Intralogistik und Produktion. Dort, wo früher Gabelstapler eingesetzt wurden oder Förderbänder, verwendet man heute zunehmend autonome, mobile Transportroboter. Diese Transportroboter müssen mit Energie versorgt werden. Die Energieversorgung ist heute oft sehr ineffizient und benötigt zusätzlich Prozesszeit. Das ist der Punkt, an dem wir ansetzen. Mit unserer kabellosen Energieversorgungstechnologie können wir die Energieversorgung in den Prozess integrieren, können die Batterien der Fahrzeuge sehr schnell und hocheffizient nachladen und erhöhen so im Schnitt die Effizienz von den Systemen um bis zu 30 Prozent. Unser Ziel ist es, einen Standard für das kontaktlose Laden im Industriebereich zu etablieren, damit die verschiedenen Fahrzeuge in einer Fabrikhalle oder in einem Logistikzentrum auf unseren Ladestationen laden können und nicht für jedes neue Fahrzeug auch eine neue Infrastruktur angeschafft werden muss. Damit ermöglichen wir eben die Elektrifizierung dieser Prozesse mit autonom fahrenden Fahrzeugen und das leistet einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung unserer Vision, nämlich die Elektrifizierung unserer Wirtschaft. Das Besondere an unserer Integration ist, dass wir den Kunden mit einer Komplettlösung versorgen. Das heißt, wir liefern nicht nur die Produkte, sondern wir unterstützen ihn von Anfang an bei der Integration unserer Produkte in sein Fahrzeug. Unsere Komplettlösung, die wir unseren Kunden anbieten, ist ein Komplett-Energy-System. Das ist inhaltlich sehr komplex, aber für den Kunden da sehr einfach, weil wir bieten das Batteriesystem in Kombination mit dem Ladegerät, die perfekt miteinander funktionieren. Das ist dann für den Kunden am Ende Plug-and-Play, weil was die haben, ist nur der DC Plus und Minus, die die dann zum Schluss anschließen müssen. Was macht ein gutes Team aus? Also für mich macht ein gutes Team aus, dass man eine klare gemeinsame Vision hat zunächst mal. Also man muss auf das gleiche Ziel hinstreben. Das reicht noch nicht. Man muss auch die richtigen Kompetenzen haben und das ist eben das große Glück, das wir haben. Wir haben die richtigen Leute an Bord. Wir glauben an die gleiche Vision von der Energieversorgung auf Basis von 100% erneuerbaren Energien. Das motiviert uns jeden Tag und wir konnten mit unserer Firma bisher Top-Leute motivieren und ich habe das Gefühl, wir stehen alle hinter der gleichen Vision und das macht das Ganze aus. Das Team von Viferian ist die tragende Säule des Erfolgs. Wenn ich mir anschaue, dass wir das Unternehmen vor sechs Jahren zu viert gegründet haben und heute fast 50 Leute im Unternehmen sind, macht mich das schon ein bisschen stolz und es macht mir unglaublich Spaß, mit so vielen guten, erfahrenen Leuten zusammenzuarbeiten. Unsere nächsten großen Meilensteine sind jetzt, dass wir sozusagen aus einer Nische in den Massenmarkt kommen. Wir haben jetzt zahlreiche Kunden gewinnen können im Industriebereich, die heute schon unsere Lösung einsetzen. Also beispielsweise werden in mehreren europäischen Automobilfabriken Autos produziert auf Robotern, die mit unseren Systemen ausgestattet sind, die dort für die notwendige Energie sorgen. Und jetzt ist die große Herausforderung eben, ja, weitere Kunden zu gewinnen, in Europa zu expandieren, im nächsten Schritt dann auch nach Nordamerika und Asien. Das sind so die großen Herausforderungen. Dabei gleichzeitig natürlich muss das Unternehmen mitwachsen. Das ist schon eine enorme Herausforderung, macht aber auch sehr viel Spaß, weil man viel dazu lernt und ja, freuen wir uns drauf. Wir wollen die Energiewende voranbringen und wir sind davon überzeugt, dass unsere Technologie zur kabellosen Energieübertragung eine der Schlüsseltechnologien ist, die es in Zukunft ermöglichen wird, autonome Elektrofahrzeuge mit Energie zu versorgen. Was ist ein